Filmverspiele und Sören Bauer, was verbinden Sie da zusammen? Also was hat das für Sie für eine Verbindung? Sören schafft es immer wieder von allen Seiten, die, prominente soll man nicht sagen, die, die etwas zu sagen haben, ein bisschen zusammenzubringen. Die aus dem Mediengeschäft, die aus dem reinen Kulturgeschäft, Filmgeschäft, aber auch ein bisschen Politik und ein bisschen was sonst noch sozusagen Streißel ist und auch dazugehört bei solchen Veranstaltungen. Und das ist ein Talent, von dem lebt er und von dem lebt er hoffentlich gut. Also hatten Sie somit auch die Möglichkeit, auf Sören Bauern Events Synergien zu knüpfen beziehungsweise haben Sie Synergien daraus ergeben? Naja, das kann man nie so ganz genau sagen, was da gibt. Aber man trifft Leute, die man schon lange sehen wollte, erspart sich Termine auszumachen und kann vielleicht das andere oder das eine oder das andere so nebenbei regeln und dann ist es schon erfolgreich. Auf welche Movie Meets Media Party gehen Sie denn am liebsten oder auf welche Sören Bauer Veranstaltung? Ja, am liebsten diese hier in Berlin, weil die ist bei der Berlinale und da hat man alles schön im Griff und da kann man auch noch andere Leute sehen, die normalerweise vielleicht nicht so bei solchen Veranstaltungen kommen, weil die halt auch in Berlin sind, weil die Berlinale ist. Also man muss sich auch immer ja dort festmachen, wo die Leute sind. Und daher ist das heutige Fest eines zur richtigen Zeit am richtigen Ort und da bin ich besonders gern da.